Die erste Chance für uns im Spiel und zwar ein Freistoß, den ich auch selber ausgeführt habe und der kommt einigermaßen gut, doch dann wird der Pareto der zweite Ball Und nach ca. 10 Minuten war unser erster Spieler raus, der war einfach verletzt und dann der nächste, der einfach ins Krankenhaus musste Freistoß für den Gegner und der Gegner packt den Hammer, aber unser Spieler rettet den auf der Linie Ich mache den Lauf weg und dann kommt ein mega Steilpass im Lauf und ich mache den auch irgendwie fest und versuche den auch direkt aufs Tor zu bringen Willkommen zu einem neuen Vlog und zwar wieder mal ein Matchday-Vlog Wieder mal ein Matchday Ja Freunde, wieder ein neues Spiel mit meiner neuen Mannschaft Ihr habt es sehr wahrscheinlich im letzten Video gesehen Wenn nicht, dann einfach in der Beschreibung letztes Spiel abchecken Wir haben 14-0 verloren, erstes Spiel 14-0 Woran lag es? Ich glaube, die meisten, die ein bisschen Ahnung von Wussalam haben, selber gesehen Also die Tore, die wir kassiert haben, sollten eigentlich nicht passieren Hätte man vermeiden können, wenn man ein Torwart hätte Wir sind eine neu aufgestellte Truppe Wir sind so quasi nur Freunde, beziehungsweise einige kenne ich, einige nicht Wir haben einfach gemeinsam eine Mannschaft übernommen von einem Verein aus unserer Stadt Und wir sind direkt in der Kreisliga B gestartet Das ist auch das Problem, Freunde Normalerweise würden wir in der Hobby-Liga einfach starten Hobby-Mannschaft einfach machen und dann aufsteigen, Kreisliga zu Und dann so weiter, bis man sich einfach irgendwie aufbauen kann Gemeinsam einfach zusammenfinden kann Bevor wir ins Spiel starten, möchte ich gerne ein paar Kommentare beantworten Also lasst mal gerne einen Kommentar, lasst mal gerne eine Frage in den Kommentaren Also wenn ihr eine Frage habt, stellt die gerne in den Kommentaren Ich werde einfach im nächsten Matchday-Vlog wieder mal drauf eingehen, wieder mal beantworten Der Bruder sagt, der Wechsel hat sich jetzt ja schon gelohnt Also der hat irgendwo recht Meine Mannschaft letzte Saison, wir waren Kreisliga C Jetzt spiele ich eine höher Wir wollten quasi aufsteigen Aber auch meine Mannschaft von der letzten Saison, der war ein Top, Bruder Wir waren echt sehr stark Wir haben mit zwei Punkten einfach Unterschied den Aufstieg verpasst Wir haben kein Spiel verloren Ein einziges Spiel, ne, zwei Spiele haben wir verloren Okay, gegen Ende haben wir nochmal ein Spiel verloren Sonst hatten wir endlich in 20 Spielen nur ein Spiel verloren Wir waren echt eine sehr starke Truppe Und jetzt der Wechsel zu dieser Mannschaft Warum? Weshalb? So Freunde, neue Erfahrungen sammeln Ich würde auch behaupten, um mich weiterzuentwickeln Okay, einer würde sagen Bruder, aber das ist keine Fußballmannschaft Also ihr spielt keinen normalen Fußball Ihr spielt keinen guten Fußball Wie willst du dich entwickeln mit dieser Mannschaft? Ihr habt auch wieder mal recht, Freunde Aber die Hinrunde ist nur Probe für uns In der Rückrunde kriegen wir viele Spieler Die auch einigermaßen Erfahrung haben Die auch im Verein gespielt haben Wie gesagt, Freunde, ich und ein anderer sind die einzigen Die überhaupt in einer Mannschaft gespielt haben Der Rest hat noch nie in einem Verein gespielt Und das ist das Problem, Freunde Fußballverständnis fehlt uns Aber ich würde trotzdem sagen Der Wechsel wird mir in der Zukunft gut tun Der nächste Bruder sagt Hör auf mit Fußball Eine Sache habt ihr nicht gecheckt, Bruder Wenn man verliert, heißt es nicht, dass man direkt aufhören sollte Wenn man schlecht ist, heißt es nicht, dass man direkt aufhören Du kannst dich immer wieder entwickeln Du kannst dich immer wieder verbessern Indem du trainierst, dies und das Und eine Sache, die ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe Ich habe immer trainiert, aber falsch trainiert Ich habe nicht meine Schwächen trainiert Ich habe einfach so random trainiert Einfach nur, um Spaß zu haben Aber ab jetzt, ich werde einfach versuchen An meinen Antritt zu arbeiten Schnelligkeit, Sprungkraft, dies und das Viele Sachen, die mir auch empfohlen wurden Von vielen, die mir auch privat geschrieben haben Also diese Hater, die einfach sagen Hör auf mit Fußball, dies und das Ich könnte lieber einen Ratschlag geben Wir können einfach gute Menschen sein Indem ihr einfach einem Menschen einfach einen Ratschlag gibt Und nicht haten Okay, jetzt Freunde Wir kommen direkt zum Video Wir starten ins Spiel rein Und diesmal wird auf jeden Fall Sehr, sehr spannendes Spiel Es gab auch sehr viele Verletzungen So Freunde, wieder mal Matchday Neuer Tag, neues Glück Komm mal rüber Ich würde sagen, nach dem Niederlag 14-0 Alles vergessen, Freunde Heute geht es wieder mal los Heute geben wir wieder 100% Heute sind wir sogar besser gelaunt Sonne macht mit Es ist sehr heiß Ich hoffe, dass wir heute uns das Leben nicht schwer machen Selber schwer machen Wie im letzten Spiel einfach Wenn Kommunikation stimmt Könnten wir was reißen Ja, so können wir was zusammenreißen Alle Hier, komm, komm, Prediction, Prediction Was sagst du? Hier, machen wir eine Prediction Fragen wir eins, zwei so nach Prediction So, hier, Zuschauer So, Prediction, was sagst du? Ich würde sagen, heute wird Film nicht aufhören Unentschieden Unentschieden? Ja Unentschieden, ich sag dir ehrlich Also, Gegner haben auch letztes Spiel 7-0 verloren Wenn wir heute unentschieden machen Weiß nicht, aber Sieg ist immer besser Warte mal Hier, deine Prediction? Ich denke, also wenn die Bestes gibt Ich denke, ich werde verlieren Der Gegner hat Anstoß, aber wir könnten quasi direkt den Ball erobern Und hier kriegen wir einfach den Ball außen Unser Sechser steht einfach außen Der bringt den Ball in die Mitte Und dann unser Stürmer dribbelt sich einfach rein Und dann bringt den wieder mal auf den Linksverteidiger Der kommt einfach rein Und versucht einfach sich durchzusetzen Er kriegt den Ball geklatscht Und dann wird der gefoult Und schießt richtig Gefeift das nach Und da habe ich mir auch den Ball einfach geschnappt Und ich wollte den einfach selber aufs Tor bringen Und der kommt auch quasi eigentlich gut Aber der Torwart kann den parieren Und dann haben wir den zweiten Ball Unser Sechser wieder mal am Ball Er bringt den Ball rein Wir kommen zum Schuss Der wird abgeblockt Der zweite wird wieder abgeblockt Und daraus wird leider nichts mehr Und hier kam auch bereits die erste Verletzung Aber man kann dem Gegner keinen Vorwurf machen Der macht einfach den sauberen Tackling Er nimmt nur den Ball eigentlich Aber unser Spieler fällt auf dem Schulter Und verletzt sich somit Wieder mal eine Chance für uns Und zwar unser rechtster Flügel Ist einfach am Ball Setze ich hier gut durch Und dann spielt er den Pass auf mich Der eigentlich gut ist Aber leider kann ich den nicht festmachen Also schlecht von mir Und endlich mal eine Chance für den Gegner Der macht hier den Ball gut fest Und dann dreht er sich Und er bringt den aber Unser Torwart kann da noch parieren Wir hatten auch mehr vom Spiel In der Anfangsphase Hier kriege ich den Ball außen Ich spiele den Pass einfach in die Mitte Aber werde davor gefoult Und Schiedsrichter gibt einfach Foul für uns Der Freistuss wird auch lang gebraucht Und dann unser Stürmer steht einfach komplett blank Und macht der endlich unser erstes Tor in dieser Saison Aber was ein Laufweg Also 10 von 10 Ball kommt direkt auf ihn Auch wenn die Gegner da schlecht verteidigt haben Baba Treffer Aber leider die Führung können wir nicht so lange halten Eine Minute später passiert das hier Und der Gegner kann einfach ausgleichen Zu der Szene nochmal hier Schulter an Schulter Also ganz sauberer Zweikampf Einer unserer Probleme ist Dass wir einfach immer übertreiben Und den Ball gerne so lange behalten Wie hier in dieser Situation Dass wir einfach den Ball quasi dann direkt verlieren Minuten später Wieder mal Standard-Situation für die Gegner Der Ball kommt quasi auf den zweiten Pfosten Und dann wird der auch reingeköpft Also ich glaube jeder Schuss geht bei uns einfach rein Wir spielen ohne Tor Und hier eine Herausforderung vom Gegner Er macht quasi eine Vorlage für uns Hier spekuliert unser Spieler sehr gut Und ich biete mich auf der Linie Ich gehe einfach die Linie runter Kriege den Ball Und mache eigentlich sauber Drehung Und leider steht da der nächste Spieler Der einfach den Ball einfach weghaut Und nein Freunde Wir haben das nicht so bewusst so geschnitten Aber wir hatten wirklich viel vom Spiel mehr als den Gegner Aber wir haben einfach unsere Chancen nicht reingemacht Wie hier mein Fahrzeugzieher à la Messi Und das passiert auch sehr oft Freunde Auf dem rechten Flügel Hatten wir auch mehr Chancen Hier setzt sich einfach unser rechter Flügel durch Und er ist einfach schneller als den Gegner Und ich lauere auf dem ersten Pfosten Kriege den Pass auch Und komme zum Abschluss Aber leider der Abwehr kann den noch blockieren Und der Ball bleibt immer noch heiß Der Charlo kriegt den Ball auf dem 16er Und seinen Abschluss nicht so überragend Aber wir kriegen quasi einen Eckball daraus Die Ecke wie wir getraint haben Bringe ich einfach auf dem ersten Pfosten Auf unserem 6er Und der kommt zum Abschluss Aber der Torwart kann den noch barieren Und dann geht der an die Latte Naja man kann wieder mal sagen Okay Pech auf unserer Seite Aber wir haben unsere Chancen einfach nicht reingemacht Man muss auch den ersten Den zweiten einfach rein machen Und wenn du die Chancen nicht machst Dann kannst du die Tore hinter Und auf jeden Fall Hier sieht man wieder mal eine Situation Wo wir einfach zu lange den Ball behalten Hier bin ich wieder mal am Ball Ich sehe einfach den Charlo im Mittelfeld Ich spiele den an Und der spielt einfach zurück Ich nehme den Ball mit einem guten Kontakt mit Und dann sehe ich unseren Stürmer Ich spiele den an Aber der kann den Ball irgendwie nicht annehmen Also ich würde sagen Das ist nicht meine Schuld Wir sind immer noch quasi in der ersten Halbzeit Und hier Baba Freischuss von dem Gegner Was ein Hammer Aber unser Spieler kann den auf der Linie retten Junge mit dem Kopf Und mit einem Ergebnis von 2 zu 1 Gehen wir einfach in die zweite Halbzeit Wieder mal ich auf dem linken Flügel Kriege den Ball Spiele den einfach im Laufe des Stürmers Aber der Abwehr ist noch ein Ticken schneller dran Wir waren einfach im Aufbau Bisschen zu langsam Hier sieht man Freunde Jeder versucht einfach in den Dribbling zu gehen Unser Sechser versucht den Gegner zu tunneln Aber die können einfach jetzt den Ball erobern Und dann starten sie direkt nach vorne Und hier Baba Pass in die Tiefe Aber unser Torwart steht richtig Wieder mal Standardsituation für die Gegner Und der Freischuss kommt rein Keiner springt von uns Und dann kann der Easy den reinköpfen Und 3 zu 1 für den Gegner Unglaublich was wir da machen Wieder mal hier langer Ball für den Gegner Der wird einfach verlängert Und dann hauen unsere Spieler den Gegner einfach um Und dann Elfmeter für die Gegner Und der Elfmeter wird nicht so gut geschossen Aber unser Torwart kann ihn trotzdem nicht halten 4 zu 1 für die Gegner Und hier kriege ich wieder mal den Steilpass in die Tiefe Ich bin auch schneller als den Gegner Mach den Ball hier fest Mach den Ballroller Schau mich um Und dann sehe ich unseren Stürmer auf dem Zweiten Der kann den Ball wieder mal nicht festmachen Der Gegner versucht ihn zu klären Unser Sechser ist am Ball Spiel den Doppelpass Und kommt quasi zum Abschluss Aber wieder mal Aluminium Pech Bro ich kann es einfach nicht checken Auf unserer Seite einfach Wir können einfach die Bälle nicht rein machen Wir haben einfach so viel Pech Oder wir sind einfach zu nervös Oder wir können einfach nicht Wir können es einfach nicht Und hier eine ganz lustige Szene Unser Spieler hebt der Hand Obwohl der Gegner an unserer Hälfte steht Wahnsinn einfach Aber was noch lustiger ist Dass der Torwart den Ball irgendwie noch klären kann Einfach parieren kann Auch wenn es 4 zu 1 für die Gegner stand Wir haben einfach trotzdem weiter gespielt Kopf hoch Auch einfach weitermachen Und das Beste raus Und hier kriegen wir den Ball wieder mal Auf der linken Seite Unsere Nummer 10 Überschätzt sich selbst Also der ist schnell Aber so schnell ist der auch wieder mal nicht Also Und mit der Szene kann man einfach Das ganze Spiel zusammenfassen Gibt euch einfach Der Gegner spielt einfach Doppelpass mit dem Pfostenbruder Auf der anderen Seite Kassieren wir einfach nur Aluminium Naja Freunde Nach dem 5-1 für die Gegner Kann man nicht mehr viel zum Spiel sagen Wir hätten das auf jeden Fall Viel besser machen können Und das war es quasi vom Spiel Wir haben am Ende 5-1 verloren Wobei man könnte sagen Eigentlich unverdient Wir hätten noch ein, zwei Tore machen müssen Naja Freunde Das Spiel ist auch vorbei Wir haben wieder mal verloren 5-1 Ich würde behaupten Wir hätten auch das Spiel anders machen können Anders entscheiden können Wir hätten das Spiel auch besser machen können Indem wir auch ein paar Tore gemacht hätten Aber was soll ich sagen Freunde Es ist halt so gelaufen Wie es gelaufen ist Wir hatten viele verletzte Schiedsrichter Was soll ich dazu sagen Der Schiedsrichter war echt Ein bisschen abgehoben Muss man ehrlich sagen Der hat mit uns nicht mal gesprochen Er hat nicht mal Karten verteilt Wobei man könnte in der In der anderen Situation Dies und das Einfach ein bisschen Karten verteilen Aber naja Sein Job Ich will niemandem Schuld geben Bruder Wir sind noch eine Truppe Die zusammen aufwachsen will Die zusammen einfach Sich verbessern will Sich zusammen entwickeln will Und im zweiten Spiel Haben wir auch gezeigt Dass wir Fußball spielen können Was wir im letzten Spiel Nicht so zeigen könnten Also wir waren eigentlich nicht schlecht Wir sind auch direkt in Führung gegangen Aber wir haben das Ja Das 1-1 zu schnell Wieder mal kassiert Also den Ausgleich haben wir schnell kassiert Sonst hätte das Spiel auch anders laufen können Für uns Aber ich kann mich nicht beschweren Wir haben echt einen guten Fußball gespielt Es war für mich auch ein besseres Spiel Ich hatte eher weniger Fehlpässe Ich hatte mehr Vom Spiel Und mit dem nächsten Spiel Geht es weiter Freunde Wir wollen vielleicht Unseren ersten Sieg holen Wir haben nächste Woche Also wenn ihr das Video sieht Sollte eigentlich jetzt ein Freitag sein Sehr wahrscheinlich Am Sonntag, Samstag Haben wir kein Spiel am Wochenende Das heißt Wir müssen noch eine Woche warten Bis wir das nächste Spiel haben Nichtsdestotrotz Freunde Danke fürs Zuschauen Lasst mal einen Kommentar da Lasst mal eure Fragen in den Kommentaren Kann ich gerne im nächsten Video drauf eingehen Und wir sehen uns im nächsten Video Peace